Neigt Ihr Mann zu Gewalttätigkeiten? Okay. Wir haben uns vor ein paar Wochen getrennt. Aber das macht ihn noch nicht zum Mörder. Er war's nicht. Woher wollen Sie das wissen? Sie sagten doch selbst, Sie hätten den Täter nicht gesehen. Hier. Das lag in meinem Briefkasten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist gar nicht okay. Ich meine, was sollen wir jetzt tun, um zu Geld zu kommen, na? Ich versprich's. Hey. Los, komm. Lass uns hier abhangen. Das war's nicht. Wir haben uns hier abhangen. Ich versprich's. Untertitelung. BR 2018